hallo halli liebe freunde hier soll der sachs und ja wir spielen jetzt borderlands 2 weiter wir haben durchgekämpft durch der körper psycho dinger zu tippen welche sind solche starker brüder sind die schwarze Was ist das? Tschüss! Nein, da ist einer. Tschüss! Alter! Ja, schön, ganz ruhig, Meryl. Ich komme gleich. Meine Güle. Die Wache ist ziemlich stark, muss ich sagen. Habe ich selber Pizza gegessen? Geil! So eine Verschwende würde ich nicht machen. So, ja. Hm. Jetzt kommt gleich ein Ritzel, welches ich noch nie habe. Warte. Habe ich noch Level Up bekommen. Also, ich bin auf 4 gegangen. Nehme ich das. So. So. Alter, das, 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 das und nichts mehr da. So. Das ist dieser Ritzel. Muss man so machen, dass die, oh, alle obere, leuchten, muss man auf können sein. Jo. Zack. 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 Also, was müssen wir machen? Ganz einfach. Muss man das benutzen. Muss man das benutzen. Muss man das benutzen. Muss man das benutzen. Und das? Und das? Ey, what? What the fuck habe ich geschafft? Alter. Ich habe das erste Mal geschafft. allererste Mal und das kommt hier in Psycho-Dinger. Und hier halt aus. Nice. Das habe ich nicht geschickt gewusst. Äh. Ich geh. Ja. Es ist schön. Oh, Leck mal. Nein, 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 nein. Ich bin schon nicht da. Geht mal schon wieder ab. So. Also. Was machen wir allererstes? Schmeißen die weiße Waffen weg einfach. Ich hoffe, diese weiße Waffen, weil gibt die mir am wenigsten Geld. Zack. Die sind auch weiße Waffen, Leck mal Arsch. Ich kann einschlecken. Ich könnte natürlich verzichten. Ich geh mal hoch. Klop, klop. Klop, klop. Oh. Legt euch nicht mit mir an. Oh ja. Das stimmt. Oh. Oh. Bist du weg. Oh ja. Los, 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 los. Los. Danke. Leck. Das ist ja, Machser. Was san. Oh. Alter, ich will weg und ich will weg. Oh, das war nice gemacht. Action pur, finde ich. Ich versuche immer so Action pur machen, aber manchmal gelingen ja nicht. Ich hasse es. Nein, ich will das wegschmeißen, wegschmeißen. So, komm. Abklingzeit, also ja, aber das braucht nicht so großartig. Zack, haben wir. Jetzt das, das, das und tada, tada. Und. Ich hoffe, wir haben die Schwachen nicht ausgerüstet. Wo? Alter. Ich will mich verarschen. Oh, muss ich kurz Pause machen. Und. 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 Wenn du nicht drauf. Komm. komm wo jetzt bist du dort meine güte, meine güte so kann man nicht arbeiten leute so ne ok was haben wir hier yo für meine waffen wieso, wieso, genau, keine ahne so oh du armer pupi pupu ich bin schon wieder paul so wegschmeißen 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 ich bin zusammen mit grüner wenn ich sehe grüner jay zwei nerven die ganze zeit sammeln das sind die übertrieben er sagt sonst ich würde an grüner ich bin schon nice gemacht ja eridium habe ich ganz schnell reicher sein so das haben wir na schon wieder nicht schon wieder granaten aber besser als nix ja mir war klar ich bin schon wieder voll ok ich bin jetzt voll oh ok nur eine gott sei dank mir ist jetzt nur eine also ich bin voll ok so weiter ja oh mit die shotgun mit hand ist action pur finde ich so wie jetzt ok 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 So come, ah, das ist ja schon. Tschüss, nicht zu kennenzulernen, nicht dich zu kennenzulernen, also sowas wendliches. Ganz ruhig, jetzt haben wir nicht mehr, können sie aufladen. Und jetzt geht's weiter. So. 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 Jo, da bist du gegrillt jetzt. Hier hat jetzt irgendwie die Schritte irgendwie viel leichter die zu kühlen. Willkommen in meinem bescheidenen Laden, ich will was verkaufen. Oh! Jo, so brauche ich es. Also Leute, das war's. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.